Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Highlander Deck von Spielern Wien. Ich bin es Eier Patrick. Bei mir ist natürlich euer Highlander Meister Matthias und der hat ein neues Highlander Deck mitgebracht. Einerseits auch weil ein bisschen der Wunsch eurerseits war wieder ein bisschen Highlander Content zu bringen. Und ja, da habe ich Matthias gefragt, kannst du ein Deck uns herzeigen? Er hat gesagt, ja, kann ich. Und dann bringt er jetzt gleich was richtig cooles. Eldrasi. Genau, richtig. Steht auch im Titel, insofern kann ich es verraten. Aber ja, alles weitere, zeige es uns. Genau, und zwar habe ich Blau-Grün Eldrasi mitgebracht, ein Markus Kreuz, mein Special. Wenn ich irgendwelche coolen neuen Decks habe, dann ist sehr oft der Markus Bedelekt oder der Mastermind dahinter. Er hat mittlerweile auch eine grün-rote Variante ausgetecht. Ich zeige euch jetzt einmal die Blau-Grüne, weil das quasi die erste Version gewesen ist, die Eier bzw. wir gebaut haben. Und wir fangen, wie es der Patrick immer so gerne macht, mit der Mana Base an. Sehr schön. Und zwar hier starten wir oben. Wir haben insgesamt fünf Basic-Länder, nämlich zwei Snow-Coward-Forests, zwei Snow-Coward-Islands und ein Snow-Coward-Wastes. Badusch. Das sind Eldrasi, wir brauchen das. Wir haben deswegen auch nur ein Fettschland, nämlich Prismatic Vista. Das kann nämlich das Wastes auch finden, was wichtig sein kann. Dann haben wir drei Duoländer, nämlich einmal das originale Duoland, Tropical Island. Wir haben einen Breeding Pool und wir haben einen Yavimaya-Coast, bei dem ist auch wieder relevant. Das kann ein farbloses Mana machen. Dazu werden wir später kommen, das ist natürlich immer wichtig bei der Eldrasi. Dann haben wir zwei Artefakt-Länder und ein I care about Artefakt-Land-Land. Das heißt, du baust die beiden, damit es gut ist. Ja, Tree of Tales und Seed of the Synod. Und dann haben wir ein Spy of Industry. In dem Fall auch wieder das ganz farbloses Mana machen, macht uns dann aber auch farbiges Mana. Generell muss man zu dem Deck sagen, wir haben relativ wenig farbige Sourcen. Okay. Wir wollen aber doch auch farbige Spells casten. Bisschen tricky? Das ist immer ein bisschen tricky. Ja, dann haben wir als farbige Quelle noch Minamo, School at Water's Edge. Wir kommen nachher zu einer Karte, mit der es immer gut ist. Grundsätzlich sage ich, wenn euer Highlander Deck, der One Ring spielt und ihr könnt es blau irgendwie supporten, spielt es Minamo auch, weil zweimal die Runde Karten ziehen mit dem. Das ist natürlich nicht schlecht. Es hat ein paar andere Anwendungen auch, aber grundsätzlich ist das quasi der Intended Purpose, den Ring enttappen. Dann haben wir ein Shifting Woodland. Da war ich ja schon, wie MH3 gespoilt worden ist, sehr hyped auf diese Karte. Kann man hier jetzt auch spielen, weil für vier Mana die Karte zu einem Eldrasi machen, der im Friedhof ist. Dann Bäschen gehen ist schon mal nicht so schlecht. Dann haben wir ein Land, das unsere anderen vielen farblosen, normal produzierenden Länder ermöglicht, auch grünes Mana zu machen, nämlich Javi Meier, Cradle of Growth. Gibt es leider immer noch nicht für blau. Schade, was soll man machen? Und dann haben wir zwei Länder, die wir eigentlich auch wie Spells quasi benutzen können, nämlich einmal Ottavara und einmal Posejo. Wir spielen insgesamt 37 Länder. Das heißt, wir können doch einmal in die Situation kommen, dass wir genug haben, auch wenn wir Eldrasi sind und man eigentlich da immer sehr viel Mana braucht. Aber da hat man einfach zusätzlich die Möglichkeit, dass das quasi als Base benutzt werden. Und dann haben wir eine ganze Reihe an farblosen Utility-Ländern. Und zwar starten wir hier drüben. Wie gesagt, wir sind auch sehr artefakt-heavy, kommen wir nachher noch dazu. Wir spielen auch ein Inventorsphere. Das kann uns unsere One-Off-Wing-Condition in der Artefakt-Seite auch suchen. Also wir spielen nämlich nicht nur den One-Wing, den wir tut und kommen, sondern wir kommen später noch zu einem anderen Ding, das sind wir vielleicht auch sehr vor. Wir spielen ein Academy-Ruins auch. Das heißt, man kann sich schon denken, wir haben viel Mana. Wir spielen auch den Mind-Sleever-Log. Das heißt, den kann man auch mit den Inventors für finden. Ich glaube, dass dir das gefällt. Ja, weniger Warsch und ja. Es vereint alles, was ich gerne habe. Ja, viel Mana generieren, Artefakte, Mind-Sleever-Log. What's not to love? Dann Ursas Saga darf natürlich in fast keinem Highland-Attack fehlen. Ist auch hier am Start. In dem Fall ist natürlich das farblose Mana auch sehr wichtig. Dann ein Pit of Offerings. Ich sehe immer sehr viele Leute, die noch Pujuka-Box spielen und nicht das Pit. Wenn man schwarz ist, Pujuka-Box, keine Frage. In dem Fall ist das farblose Tappen von Pit of Offerings wieder eine Upside. Und du kannst dann eventuell auch blaues und grünes Mana machen, je nachdem, was du exiled hast. Also schwarzes Mana, mit dem fangen wir nichts an. Wobei, haha, wir hätten sogar eine Karte. Aber in dem Fall ist es für uns einfach ein Vorteil, dass die Karte auch farbloses Mana machen kann. Dann haben wir ein Wasteland. Darf natürlich in so einem Deck auch nicht fehlen. Wir können auch hier einen kleinen Lock generieren. Spiel noch eine Karte, die Wasteland durch haben kann. Mache ich auch ganz gerne. Dann haben wir tatsächlich zwei Länder, die quasi Removal sind. Oder so kurzfristig. Wir haben einmal Blast Zone. Mit viel Mana kann man das durchaus auch einmal auf einen gescheiten Value aufladen und dann was abräumen. Viel Blasten. Genau. Und dann haben wir einen Thelen Gates auf Madara. Das ist überhaupt ein sehr gutes Land. Wird, glaube ich, auch noch ein bisschen zu wenig gespielt. Aber kriegt schon immer mehr Play. Ja. Das ist eine wirklich gute Karte. Es ist nämlich, wenn es ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur ausfasen. Mhm. Das heißt, du denkst jetzt, okay, passt, was bringt das? Du legst es halt in deiner Runde und dann ist halt was weg. Kannst zum Beispiel einen Blocker eliminieren jetzt für eine Runde, sage ich einmal. Aber du kannst es für vier Mana aus deiner Hand ins Spiel bringen. Und damit auch in der gegnerischen Runde. Ja. Und räumt dich nebenbei. Weil du bootest dein Land extra ins Spiel. Mhm. Und entfernt dann quasi einen Angreifer. Ja. Also das ist schon eine sehr gute Karte. Macht ja auch wieder farbloses Mana. Kann aber auch filtern auf farbiges Mana. Also das macht quasi alles, was das Deck möchte. Ja. So, das war nochmal die erste Reihe an Ländern. Utility und unser farbiges Mana. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie casten wir denn unsere Eldrasis? Normalerweise viel Mana kosten. Und zwar spielt das Deck die Ursaländer, Mime, Powerplant und Tower. Da sagt man sich natürlich, aha, wir spielen 100 Karten Format. Wir können jede Karte nur einmal spielen. Ist das nicht ein bisschen crazy? Ja. Ja. Aber. Aber es gibt mittlerweile diese nette Karte Planer Nexus. So geile Karte. Richtig cool. Die hat alle Typen. Das heißt, mit der am Feld macht sowohl Mime, Powerplant als auch Tower ohne den anderen sofort die volle Mana Anzahl. Das heißt, mit dieser Kombination kann man schon mal vier Mana machen. Ja. Was schon ein sehr guter Boost für diese Strategie im Single Karten Format ist. Mhm. Zusätzlich haben wir noch ein paar andere Ursas-Sachen, sehr zum Thema passend. Wir haben einmal Ursas Cave. Die findet uns entweder Nexus-Tower-Sachen oder eines unserer anderen Utility-Länder. Wir haben einen Ursas Workshop, weil wir offensichtlich einige Ursuländer spielen. Wir haben das Saga auch schon gehabt. Ja. Ist auch ein Ursuland. Wir haben ein Ancient Tomb. Mhm. Das macht zwei Mana. Wir haben ein Thespian Stage. Das kann einer unserer Mana-Länder kopieren. Was auch ganz nett ist, ist mit dem Ursas Saga zu kopieren und dann nachher was anderes zu kopieren, weil die Saga eine Ability ist, die das dann in einem anderen Leer die Ability grantet. Als der Kopie-Effekt von Thespian Stage behält die Karte die scheiße Token-Ability. Ja. Und bleibt aber im Spiel. Bleibt im Spiel, genau. Weil es keine Saga mehr ist. Wenn du zum Beispiel einen Basic nachher machst, kannst du den Gegner nicht mehr wasten. Ja. Und du kannst halt trotzdem weiter Token machen. Das ist eine ganz nette Interaktion. Genau. Und dann kommen wir zu den Ländern, die wir spielen, weil wir Eldrasi sind. Einmal, ich meine, das ist jetzt sehr generisch, wir spielen ein Cavern of Souls, damit unsere Eldrasis nicht gecounted werden können. Wir spielen einen Eldrasi-Tempel. Der macht für unsere Eldrasi zwei Mana. Wir spielen ein Ugins-Labyrinth, neu aus MH3. Ein Eye of Ugin, das lässt uns unsere Carless Creatures finden, nämlich. Und ein Sanktum auf Ugin. Das heißt, wir haben auch mit den Ländern die Möglichkeit, wenn wir sehr viel Mana generieren, im Late Game einerseits über Inventors-Fair und so Wing Conditions zu finden, andererseits hier über Eye of Ugin oder dann auch über Sanktum auf Ugin. Genau. Das ist einmal die Mana Base, was die Länder angeht, betrifft. Wir spielen natürlich ein paar Karten, die uns diese Länder finden lassen. Einmal Ancient Stirrings, das ist jetzt kein Tutor im klassischen Sinne, aber lässt uns die obersten fünf Karten anschauen. Findet Early ein Land und im Mid-To-Late Game eine Kreatur oder auch ein Artefakt. Also, dass wir mit der Karte withen, passiert in dem Deck eigentlich nicht. Ja. Wir haben eine Expedition Map, kann uns ein Ursa-Land tutern oder den Planer Nexus, lässt sich finden mit Ursa-Saga. Mhm. Eine Co-Protation. Kann man als ein Land gegen was wir brauchen, ein Cache. Wir haben ein Sylvan Scrank. Das, ja, wenig überraschend auch. Mhm. Dann, das ist fast eine Pet-Karte mittlerweile, würde ich sagen, von Markus. Die ist in sehr vielen seiner Texten. Once Upon a Time. Ja. Je mehr ich dagegen spiele, desto mehr merke ich, das ist schon auch eine sehr unfaire Karte. Für zwei Mana ist es einfach ein okayer Effekt. Also ein schlechter Ancient Stirrings, weil nur Kreaturen landet. Genau. Da kannst du die obersten fünf anschauen, du hast es auf die Hand, ist ein Instant. Kein Problem. Aber die Games, wo du gratis castest, fühlen sich einfach immer sehr gut an. Ja. Also, ich meine, ist in Heilina natürlich schon sehr seltener als in den klassischen 60-Karten-Formaten. Also in Legacy-12-Post spielt man es auch in der Zwischenzeit, Start Ancient Stirrings zum Beispiel, aber da spielt man auch drei bis vier und da ist die Wahrscheinlichkeit halt schon höher, dass du es hast, ja. Ja. Und es ist halt so, okay, passt, du hast dann vielleicht so einen von den Traunteilen in der Hand oder so, dann ist es so, hm, kannst du halt mit dem den anderen suchen. Oder dir fehlt der Nexus, also oder du hast den Nexus und willst den Traunteil haben oder umgekehrt, du weißt dann ja, was du brauchst. Schon ganz nett. Und dann haben wir noch einen, ich lege das da oben hin, lehnt sich das da aus und wir haben es nachher weg, ein Reap and Sow. Ganz nette Abfolge, die ich mit dem mache, ist einfach Entwinen mit dem viel Mana, Land zerstören, Wasteland holen, noch ein Land zerstören, der Doppel-Stone-Rain auf den Gegner gewinnt, gerade wenn man gerampft hat. Du bist so solidartig, bestappend. Viele Spiele. Vielen Dank. Gar nicht sarkastisch gemeint. Nein, gar nicht. Neben unseren Ländern, habe ich gesagt, wir haben natürlich Artefakte auch und zwar haben wir zwei Moxe, wir haben Mox Opal und Mox Diamond. Ich habe, wie ich das Deck, also der Markus hat mir die Liste geschickt, ich habe mal drüber geschaut, habe angefangen, das zusammenzubauen, habe ich aus, ja, wie ich es immer mache halt, ja passt Mox Opal, Mox Diamond und dann natürlich Gromox gehört auch immer dazu, weil wenn es Moxes liefst, faust du den auch gleich rein. Dann sitze ich so und denke mal so, schau die Liste vom Arkt an und dann sage ich, na, er hat kein Gromox. Und dann habe ich das Deck angeschaut. Du hast für Gromox zehn Karten, die du eingeben kannst. Zehn? Die Mana. Oh, das ist nicht so aufregend. Das ist nicht sonderlich viel, darum spielt man natürlich keine Gromox, ja, wie ich gewarschend. Wir haben Chromatic Star und Chromatic Sphere, um Mana umzufärben, weil wir das doch auch öfter brauchen, weil, wie wir gesehen haben, wir haben nicht so viele Color Sourcen. Ein Everflowing Chalice, das kann man auch mal öfters einmal kicken. Wir haben einen Talisman of Curiosity, der macht wieder farbloses Mana und blau und grün, darum kein Signet, weil das kann kein farbloses Mana machen. Wir haben einen Mindstone, den kann man eincashen und ein Prismatic Lens, das kann umfärben wieder auf grünes oder blaues Mana. Wir haben einen Grimm Monolith, weil der macht viel Mana für zwei Mana. Wir haben einen One Power Stone und einen Basalt Monolith. Die machen das auch nicht schlechter. Ja, genau, die machen sehr viel Mana. Dann, wenn das eine Pet-Karte von Markus ist, ist das eine Pet-Karte von mir. Ich sage es jedes Mal, wenn ich die Karte vorstelle. Sonic Screwdriver wird viel zu wenig gespielt, sowohl in Highlander als auch in Commander. Die Karte gehört überhaupt mehr gespielt als drei Mana, macht ein Mana in der Beliebingfarbe. Oder man kann ein anderes Artefakt enttappen, was mit Mana Steinen, die viel Mana machen, ganz gut ist, was aber mit einem anderen Artefakt, zu dem wir kommen, was ich schon angedießt habe, noch besser ist. Er kann auch Scrine für eins, was ganz nett ist, wenn man viel Mana hat und Business sucht. Und in dem Deck ist es tatsächlich auch manchmal relevant, für drei Mana, dass eine Kreatur nicht geblockt werden kann. Wenn du deinen fetten Eldrasium blockbar machst, hast du einfach manchmal die Two-Turn-Glock. Das ist so eine Art Gegner-Remover, wo passt halt, weil keine Blocker. Und dieses Deck spielt sogar auch noch einen Tran-Dynamo. Den kann man auch manchmal Turn-2 legen, wenn man Nexus into Tower hat und dann legt man Tran-Dynamo. Dann hat man Turn-3, sieben Mana. Genau, und wenn es noch acht Mana ist, dann ist es einstündiger. So, bevor wir tatsächlich zu unserer Eldrasie kommen, schließen wir hier vielleicht noch, abschließen noch nicht ganz, aber machen wir vielleicht noch mit der Artefakt-Shell weiter. Und zwar... Das finde ich krass. Ja, spielen wir ein bisschen so ein Hate-Package. Ich lege die vielleicht hier alle nebeneinander. Wir spielen einmal ein Trellis of the Void, eine Wexing-Bubble und wir haben auch eine Trinis-4. Gut. Ich muss jetzt sagen, wenn man sich an die Folge erinnert, da waren irrsinnig viele 1er, 2er-Drops, sogar 0er-Drops dabei. Irrsinnig viel ist übertrieben. Man hat ein paar. Aber tatsächlich ist der Plan, das auf 1 zu legen. Die Jellis. Die Jellis auf 1, genau. Also Monorot auf jeden Fall auf 1. Gegen die Cantrips-basierten Delver-Decks auf 1. Aber auch gegen die mid-rangingen Decks, wie so 4-Color-Platt-Varianten, stellt 1 sowohl den Discard ab, als auch die Pfade. Okay. Also man macht es eigentlich meistens auf 1, ja. Okay. Auch wenn du dich selber ein bisschen skruist. Ja. Es sind nicht so viele Ein-Manner-Spells. Okay. Man hat mit Saga immer noch Möglichkeit, etwas davon ins Spiel zu cheaten. Mhm. Ja. Und also du stellst da die Map ab, das Stirrings ist ein bisschen mühsam und die Grob-Rotation, die die Länder raussuchen. Aber ansonsten Grom-Sphere und Grom-Star kannst du halt nicht mehr spielen. Und die Waxing-Bubble? Die Waxing-Bubble, ja. Die Waxing-Bubble ist überhaupt auch ganz nett. Die stellt natürlich alles Mögliche von Forces über die Elementals ab. Aber natürlich auch tatsächlich Null-Mann-Artefakte, für die nichts bezahlt worden ist. Also würde bei uns auch Sachen kontern. Aber wenn es dazu kommen sollte, und das ist wirklich ganz mühsam, dann kannst du es einfach immer wegopfern. Das ist auch der Grund, warum man es spielt. Das ist jetzt nicht in jedem Match-Up, dass es etwas macht. Ja, mit zur Not setzen sie es halt selbst für zwei Mann. Genau. Und die Trinis-Fier ist gerade auch gegen diese, gegen Delver-Decks, gegen Mono-Rot, Sachen, die einfach Multispell pro Turn machen wollen und meist auf zwei, drei, maximal vier Länden operieren. Ganz gut, weil die halt einfach ganz klar auf einen Spell pro Turn beschränkt sind. Ja. Und wir developen early, spielen unsere kleinen Drops, legen dann die Trinis-Fier und ab dann wollen wir ihnen noch fette Spells machen. Ja. Und dann ist uns die Trinis für selbst egal. Wir haben dann noch, das lege ich jetzt nochmal dazu, das ist ein bisschen eine andere Hate-Karte, eine Friedkraft den Friedhof an, eine Soul-Guide-Lantern. Wir wollen natürlich mit Ursus Saga eine Karte haben, wo wir den kinderischen Friedhof angreifen können, das raussuchen. Soul-Guide-Lantern hat sich da in letzter Zeit durchgesetzt, als das Target der Wahl, weil kommt ins Spiel, kann Graveyard hiten, kann nachher noch einmal den Graveyard hiten oder wenn das schon genug gewesen ist, kann es sich einfach ersetzen und eine Karte ziehen. Weitere Fakte, die wir spielen, wir haben ein Defense-Greed, das ist neben der Kevin of Souls die Möglichkeit, quasi gegnerische Counter-Spells auszuschalten. Und du bist selber, was mehr so aus wie er ist. Genau, wir haben relativ wenig Instant-Interaction. Ein Großer World Worlds, einerseits wenn unsere Usa-Tron-Sachen abgestellt sind, aber ja, Usa-Saga kann man auch wieder spielen, aber natürlich auch gern mit Wasteland. Wir haben ein Mystic Forge als Kartenvorteil-Engine, weil du kannst deine ganzen Artefakte casten, aber du kannst Sildrasia natürlich auch casten. Generiert schon sehr viel Vorteil. Dann haben wir, ja, ich habe es schon eingangs erwähnt, den einen Ring stabilisiert. Du legst ihn, du kannst ihn in dem Deck ihn auch früher rauslegen mit deinen Usa-Ländern, mit dem Artefakt-Ramp, der zieht dich dann einfach in das Daff rein. Du hast den Sonic-Screwdriver, du hast das Land, um ihn zu enttappen. Das heißt, du kannst in dem Deck auch gern einmal zweimal pro Turn. Aber weglegen du es selber nicht, oder? Also du kannst schon theoretisch daran sterben auch, theoretisch gut. Ja, es gibt schon Sachen, wie du ihn wegbekommen kannst. Okay. Dann, diese Karte spiele ich auch immer sehr gerne, der Mind Stone and the Weak Stone. Das ist auch so eine Sache, du kannst ihn mit den Ventures voraussuchen, weil es ist auch ein Artefakt-Remover, minus 5, minus 5 gilt schon sehr viel. Ja. Vor allem auch so Sheol-Dreads und so, die gespielt wird, die 4, 5 sind. macht dann auch 2 Mana oder du kannst 2 Karten ziehen. Das ist einfach sehr flexibel, die Karte. Gefällt mir sehr gut. Und dann, den habe ich auch schon angesprochen, ein Mind Sleever. Wenn man quasi sagt, man kann über diese Kreaturen-Schiene nicht gewinnen, weil der Gegend zu viel Removal hat oder das Game dauert zu lange und es ist die Ressourcenschlacht. Mind Sleever. Ja. Auch wenn du den Lock nicht hast, Graal in Highlander ist irrsinnig oft ein Mind Sleever gewinnt das Spiel. Du kannst das gegnerische Board mit seinen Removal meistens so sehr dezimieren, dass er nichts mehr macht. Seine Fettschlein geht ins leere Wasteland, geht auf einmal auf sich selbst und wenn das gegnerische Deck Sachen wie Toxic Deluge oder Tainted Pack spielt, dann ist er tot. Dann ist er auch einfach tot, wenn er das hat. Toxic Deluge für 20. Oh. Shit. Leider gestorben. Ja. Dann haben wir, lassen wir das liegen, eine Reihe an Removal. Wir haben eine Eta Spellbomb. Die kann man wieder mit der Usasaga raussuchen. Grundsätzlich muss man sagen, als blau-grünes Deck ist man auf der Removal-Seite jetzt nicht sonderlich gut aufgestellt. Das ist sicher die Schwachstelle des Stacks. Also wenn es mehr gutes Removal in dieser Farbkombination geben würde, würde das vermutlich alles in den Stack gewandern. Pongify. Gibt dem Gegner ein 3-3, das ist nicht so toll. Aber wir haben einen Blast, nämlich Null Elemental Blast. Der ist ganz geil. zerstört auch, also countert einerseits, aber zerstört auch im Multicolor permanent. Und da gibt es mittlerweile doch sehr viele, die gespielt werden. Also ich meine, jetzt gegen so Geschichten wie Mono-Rot war es natürlich nichts. Aber gegen 4-Color Blast. Genau, aber gegen 4-Color Blast ist halt quasi, ein Wanner zerstört quasi alles. Dann haben wir tatsächlich die eine schwarze Karte, die mir doch eingefallen ist, bei Pujukabok, nämlich wir spielen ein Dismember in dem Deck für die 4 Leben. Wir haben Möglichkeiten mit Mox Diamond und Mox Mopal und den Ländern auf der schwarze Mana zu kommen theoretisch, aber meistens zahlt man hier die Leben. Dann eine, ich würde schon fast Pay-off-Karte dazu sagen für dieses Deck, ist Ugins Binding. Das ist einmal ein Bounce Spell für 3 Mana und dann, wenn du ein fettes Viech spielst, macht es einfach Cyclonic Rift Overload auf den Gegner. Also von dem Punch erholen sie sich normalerweise nicht. Dann gibt es eine Eldrase Confluence, die kostet 4 Mana und du kannst von den 3 Modi dreimal was wählen, den gleichen. Da kannst du dreimal zum Beispiel Removal machen, kannst was exilen oder kannst auch 1-1 Eldrase erzeugen, die dich dann noch rampen. Dann, Patrick hat vorhin haben wir kurz geredet und wir haben über diese Karte gesprochen, Coselex Command. Da ist auch eine wirklich, wirklich gute Addition für diesen Archetypen, wird auch in Legacy schon gespielt, wie du vorhin angesprochen hast. Ja, ist Removal, ist Grave-A-Tate und ist Card Selection. Ja, genau, findet, was du brauchst. Und unser letzter Removal, ein Catch-All, ist All is Dust. Auch super. Auch super, aber wir haben quasi nichts, was davon betroffen ist. Sehr wenig farbliche Permit. Deine farbigen Sachen sind Spells und deswegen ist es wurscht. Ich glaube, wir haben zwei Sachen, die betroffen sind im Deck drinnen. Okay, das ist vergaffbar. Wenn ich mich jetzt nicht komplettiere, Wenn es weg ist. Ja, und alles andere aber auch ist fair enough. Ist schon in Ordnung, so lange haben wir drüber geredet. Naude, jetzt kommen sie. Zu den Eldrasi. Nein, wir fangen mit einer Heber-A-Mait an. Ja, auch hier. Ein Insekt. Ein Insekt, genau, das wird zertrampelt eigentlich von den Eldrasi. Er wuselt zwischen die Füße. Genau. Zentakel. Ist mittlerweile das klassische Target für Usa-Saga, wenn man Enchantment oder Artefakte hätten möchte. Deswegen darf es dir natürlich auch in diesem Deck nicht fehlen. Aber dann geht es tatsächlich los mit der Eldrasi und zwar hier mit einem günstigen Itad Harrells the End. 2-1-2-2. Der Eldrasi-Lord macht den Eldrasis günstiger, die teuren und macht aber colorless creatures plus 1 plus 1. Das heißt, auch die Heber-A-Mait ist dann abgepowert. Nice. Ziemlich geil. Dann haben wir so ein bisschen das Swiss Army Knife Waste Escape Battlemage. Der erinnert an diese aus Invasion diese Battlemages mit den Kick-Abilities. Der kann auch Artefakte oder Enchantment haten. Also wir sind da ganz gut aufgestellt und kann aber auch bouncen. Und damit den Gegner verlangsamt wenn er einen von dir bouncen den Effekt noch mal haben willst. Aber meistens benutzen wir es eher im Öhre um den Gegner zu verlangsamen. Dann haben wir einen Claring Flash Raker und der ist auch eine Pay-Off-Karte. Der ist 3-Mana-2-2 und das immer wenn du ein colorless Spell castest und dazu zählen auch deine ganzen Artefakte die du hast kriegst du einen 0-1 Eldasi-Spawn was schon mal nicht so schlecht ist und immer wenn ein andere colorless creature ins Spiel kommt pingst du einen Schaden auf den Gegner. Das geht dann schon relativ schnell out of hand. Also du kannst mit dem Deck einfach tot pingen ohne jemals angreifen zu müssen. Genau. Dann haben wir einen Meta-Reshaper der ist einfach gutes Value 3-Mana-3-2 ersetzt sich selber wenn er stirbt also puttet ins Spiel wenn es 3 oder weniger Mana kostet oder du ziehst die Karte wir haben einen Mister sehr nervig fast nicht zu handeln ein Eternal Scorch 3-Mana-3-3 der kommt einfach immer wieder das erste Mal wie der Markus mir die Liste gezeigt hat habe ich mir gedacht aha okay wie ich jetzt nicht so war die Karte dann haben wir ein paar Mal dagegen gespielt und das ist einfach richtig mühsam. Aber das ist ja nur wenn er exalt wird das heißt wenn er stirbt ist er im Friedhof dann ist es ja wurscht. Ja aber es ist wenn du quasi nicht den Preacher Combat gegen ihn gewinnen kannst also du kannst quasi denkst er legt den halt so und du hast deinen Remove-Flop und denkst okay passt du removst halt jetzt das nächste was kommt und dann kommt halt der und das ist so einfach zum Schweiben also der ist wirklich mühsam dann haben wir einen Thief of Existence den finde ich richtig stark 3x3,4 und kann was exilen vom Gegner das ist schon richtig gut und er zieht dann auch nur die Karte es ist nicht dieses das Permanent kommt wieder sondern er kriegt halt ja nett hier bitte hast du eine Karte wir haben einen Phyrexen Metamorph geil genau der kann von unseren Vendors ja auch gefunden werden der ist ganz cool du kannst natürlich unsere Interacis kopieren gerade den early on den Flashraker nochmal zu haben ist ganz gut weil du dann den Effekt doppelt pingst doppelt Token bekommst das ist ganz nett du kannst deine fetten Eldrasis kopieren was auch ganz nett ist weil du ein Skyn-Zegret bekommst aber du kannst auch deinen einen Ring kopieren einerseits wenn er bei dir quasi schon out of Control geht und du zu viel Dämmlich bekommen würdest andererseits auch wenn der Gegner einen hat und du keinen Ring hast ja passt dann kannst du Metamorph den Ring kopieren im Eldrasi Deck darf natürlich die Fortnordzieher nicht fehlen greift die gegnerische Hand an ja ist glaube ich einer der Allstars für Eldrasi Decks generell dann das ist auch eine der besten neuen Additionen aus MH3 Sporen der Pilzbrot ist Rippen so auf Beinen also auch mit der Karte ist es oft so legst das Land vom Gegner kaputt Westland noch ein Land kaputt also das ist schon ein Playpattern die das Deck gerne macht dann kommen wir zu einer Karte die keine Drasis aber ein Artefakt nämlich Golos Teil des Pilgrim der ist aber 5.3.5 und sucht uns einen von den Ländern raus ich würde sagen weil seine Ability ist nicht also ist nicht aktiviert theoretisch aber praktisch nicht wenn man sagt okay man geht mehr an diese Schiene dass man den auch aktivieren will könnte man auch ein World Tree spielen zum Beispiel oder das andere was für die Catarax ja wobei ich glaube den World Tree finde ich besser weil der tappt einfach für grünes Mana und das Catarax macht quasi einen Minus Mana weil du musst 5 Mana zahlen und das tappt um es zu aktivieren also wenn man sagt man möchte den auch auf jeden Fall aktivieren dann könnte man auch ein World Tree spielen im 5 Mana Slot haben wir dann noch einen Reality Smasher auch der glaube ich der klassische Eldrazi klassisch pressure den Gegner 5.5 Trample Haste dann haben wir noch der hat sich hier hineingesnickt ein nicht Eldrazi aber ein Tree Folk den kannst du nämlich vorwärts zeicheln wie gesagt wir wollen unser farbiges Mana schon auch finden um die paar farbigen Spells die wir haben auch casten zu können wir haben hier Kicker der ist doch farbiges Mann hier ist farbiges Mana also wir wollen schon dieses farbige Mana auch haben der findet uns das ist aber dann im Mid to Late Game auch einfach eine Ansage wenn man den Casten 6 Mana für einen 5 7er und du kriegst einen Food Token mit Reach blockt er auch einmal fettere Flieger kann auch mit dem 7er hinter manchmal ein Merkzeit sogar aufhalten was nicht so schlecht ist gegen Monorot oder so stabilisiert er mit den drei Leben und blockt dann alles was sie uns entgegensetzen also quasi optimale Karte für so ein Deck dann Prime Evil Titan der hat es auch hineingeschafft obwohl er keine Eldrase ist aber der findet uns einfach auch im Mid to Late Game dann die Länder die die Eldrases finden oder rampt uns so stark dass wir dann die Eldrases auch alle hardkasten können Reap Oblivion Sour Oblivion Sour auch der interagiert mit der gegnerischen Library nimmt dem was weg und du kannst zusätzliche Länder hineinbringen genau der ist auch ganz nett weil es schon noch in dem Format vorkommt dass der Kinder irgendwelche Tute-Effekte hat die Omas auf Sekt drauflegen viele davon sind Incense Speed aber Sachen wie Imperial Sealed zum Beispiel sind Sorcery Speed und wenn du dann den Oblivion Sour hast das ist nicht so schlecht im wahrsten Sinne des Wortes ein Endbringer das ist auch eher so ein Allstar 5.5 auch der hat witzig die Fähigkeit dass wer nicht blocken kann das heißt man kann da schon auch mal ganz gut durchpressuren mit dem du hast einen Ping-Effekt du hast Card Advantage auf dem alles was man eigentlich braucht für einen Fetti dann Drowner of Truth der wirkt jetzt einmal auf den ersten Blick nur so meh 7.7.6 und du kriegst 2.01er wirkt jetzt nur okay aber du kannst ihn natürlich aufs Land legen das heißt der hat quasi keine Downseite im Deck ein Devourer of Destiny ich habe vorhin schon gesagt das fühlt sich immer ganz gut darin wenn man irgendwie gratis Effekte hat die man gleich machen kann auch den kannst du von der Starter vorzeigen der das Deck ein bisschen zurechtsteckt um die Karten ist ganz nett und dann kannst du ein permanent Deck sein wenn du ein Castest das ein oder mehr Farben hat also auch der ein Removal Nile Drifter wir haben einen Nile Drifter genau wenn man den castet zieht man zwei Karten kannst du natürlich auch evoken und er ist dann aber auch ein fetter Bieter der das Spiel gewinnt jetzt muss man fast schauen ob man da genug Platz hat ich schiebe die nochmal zusammen weil wir haben noch ein paar Karten viele sind es nicht mehr aber es kommt noch was und zwar haben wir noch einen Welten Brecher einen World Shaper 7.5.7 auch der noch einmal Hate gegen Artefakte oder Verzauberungen aber bei dem vor allem relevant auch das Land das heißt man sieht schon das hat auch ein bisschen so dieses Land-Hate-Sub-Theme wir greifen den Länder vom Gegner an wir locken dann vielleicht sogar mit der Trinisphäre raus dass er gar nichts casten kann und du kriegst ihn auch wieder bei dem was ja auch ganz nett ist genau dann Breaker of Creation das ist die Karte zu der wir rampen wollen wenn wir gegen aggressive Decks und vor allem wenn wir gegen Monorot spielen wenn du den castest gegen Monorot ist es normalerweise vorbei du kriegst für jedes Colorless Permanent das kontrollierst dein Leben das sind neben deinen ganzen Hydrasis und den Token die du gemacht hast nämlich auch alle deine Länder und dann ist er 8-4 ein Neihiliter 2 ich habe das nur in Limited gehabt ich habe das MR3 nur Limited viel gespielt und das war immer so wenn du zu dem kommen bist ist einfach raus ist auch in Highlander so und dann unser Curved Hopper ein Ulamog das ist das Hangar keine keine Cosilex keine L3 keine Emerald Pulse können wir nicht kann man alles sich natürlich überlegen kann man alles spielen ich mag ihn sehr gerne ich verstehe es ich habe sehr lange überlegt wahrscheinlich den anderen fetten Eldrasi den ich spiele würde wäre der 13-Mana Emrakul der Mainz-Leber Emrakul glaube ich wäre der den ich am ehesten noch spielen würde genau die Variante jetzt einmal Ulamog als quasi teuerste Eldrasi 10-Mana exählt 2 Permanents wenn es ins Spiel kommt da könnte man auch dann einen Ring zum Beispiel handeln wenn man sagt Tell Us Frampant möchte man natürlich eher nicht machen aber ja und dann die letzte Karte weil da die Mana Kosten variabel sind der könnte auch mal mehr kosten als der Ulamog seine Walking Ballista ja einfach Interaktion wenn man sehr viel Gegner hat schießt du den Gegner dann auch gerne einmal schnell um du legst ihn bam pingst auf einen runter dann nächste Runde legst wieder drauf bumm schießt ihn ab ja genau das sind die Kreaturen wir haben jetzt noch 4 Karten versteckt die noch kommen die eine ist ein bisschen random aber ich wusste nicht so ganz wo ich sie dazugeben soll vielleicht fangen wir mit der deswegen an wir spielen den End wir spielen natürlich auch einen Loren Revealed ok Doppelblau ist eher schwierig aber wenn es nicht genau ist eine gute Überleitung zur nächsten Karte die Doppelblau kostet nämlich Tether the Seeker der lässt uns unsere ganzen Utility Artefakte raussuchen der findet die Trinus 4 der findet auch den einen Ring den haben wir zwar den Effekt nicht können den wir trotzdem benutzen der findet aber auch mal einen Phyrexian Metamorph wenn wir was kopieren wollen aber auch unsere ganzen kleinen Hate Artefakte wie Wexing Bubble Defense Creed etc aber in dem Deck vor allem kann auch die Artefakte enttappen und dann auch sehr schnell sehr viel Mana generieren ja gerade wenn es eben so einen Monolith Starter oder wie auch immer hast genau Tran Dynamo whatnot auch mit dem ist den Ring enttappen natürlich ganz nett zweimal 10 und dann haben wir noch zwei Planeswalker nämlich die Gurten genau zweimal Ogin die sind beide auch Removal der macht uns unsere Eldrasis auch noch günstiger ein Boardwipe generiert Kartenvorteil schießt herum da remt man beide sehr gerne hinein ja verstehe ich genau that's the deck ja that looks fine ja gefällt mir sehr gut also ich habe es ja schon öfter zugegeben ich spiele ja immer wieder ich spiele die Filarien auch und eins der und Historik spiele ich aber so gut wie nicht weil ich keine Alchemikarten mag aber eins meiner Historikdecks die ich habe ist Matt und das spielt halt die zwei auch und das spielt halt ja eben auch den 3-5er und so ich spiele das natürlich ein bisschen ein anderes Deck aber ich finde das sehr cool und ich spiele habe in Legacy auch das 12-Post-Deck was auch ein bisschen in diese Richtung geht also bei mir läufst du praktisch offene Türen ein schaut einfach nach einem geilen Deck aus für mich ja also mir gefällt es sehr gut weil es diese Artefaktschiene und die Länderschiene hat also du bist sehr konstant was das viele Mana-Generieren anbelangt und dann geht es einfach darum eine gute Shell darum zu bauen weil du sagst also die Eldrasis sind in diesem Fall das Pay-Off aber du kannst natürlich sagen okay passt du nimmst einfach diesen Core des Decks her der dieses Land Tutoring das Artefakt Mana und diese Ursas Mana-Schiene ist und hast aber eine sehr konstante Basis was viel Mana sehr konsistent generiert und dann baust du was drumherum in dem Fall sind es Teldrasi weil die zusätzlich den Vorteil haben du bist farblich quasi sehr flexibel was du hinzugibst weil die selber keine Farbansprüche haben du generierst eh schon farbloses Mana damit satisfiesst du diese Restrictions von ihnen und du hast mit Eye of Ugin Sanktum of Ugin auch gleich zwei Länder die super Pay-Off dafür sind im Late Game die schwer angreifbar sind die dich rampen und die dann deine Sachen finden also die Eldrasis ergeben sich einfach sehr gut als Möglichkeit dieses viele Mana zu benutzen ich habe am Anfang schon angesprochen der Markus hat eine Variante mit Rot auch gebaut die geht dann natürlich ein bisschen weg von den also hat die die blauen Sachen dann natürlich nicht du gewinnst dafür statt Ugins Bann hast du dann Koselex Return du hast ein bisschen mehr Removal und du hast auch diesen Flada Eldrasi der wenn ein Spiel kommt kannst du das übernehmen wenn du den gekickt hast bist du ein bisschen aggressiver und bei der Landschiene hast du dann auch sowas wie A Rain of Glory beziehungsweise aus Eldritch Moon das Land das auch Hest geben kann das heißt du bist in dem Fall noch ein bisschen aggressiver und dein Removal ist ein bisschen besser aufgestellt ich habe die blaue Version gefällt mir ein bisschen besser ich finde sie ein bisschen konstanter ja aus dem willst du Academy Ruin spielen sagen wir uns ehrlich ganz gerne passt genau gut Matthias danke fürs Vorstellen immer gerne euch danke fürs Zuschauen ihr könnt uns gerne Kommentare und Fragen unter dem Video hinterlassen da könnt ihr uns auf alle sozialen Medien erreichen gerne uns auf Peter unterstützen könnt ihr uns im Spiel in Wien sehen oder antreffen und natürlich auch im nächsten Video sehen bis dahin wünschen wir einen schönen Tag vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und ciao Servus mir gefällt es auch sehr gut also wenn der Markus mir das das erste Mal gezeigt hat das ist halt echt die Mana also das Mana ist so konstant du kommst halt echt sehr schnell rauf und dann ist halt wirklich jede Karte ist halt einfach mühsam zum Händel weil auch diese kleinen Scheiß also der ist richtig und dann ist halt Vielen Dank.